Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Auch morgen dürfen wir uns auf einen schönen, ruhigen Herbsttag freuen. Bei Tageshöchstwerten um die 18 Grad dominiert am Donnerstag Sonnenschein das Wettergeschehen im Sendegebiet. Am Freitag kratzen wir dann schon wieder an der 20-Grad-Marke. Mit viel Sonne starten wir in den Tag. Im Tagesverlauf tummeln sich nur harmlose Wolken am Westsachsenhimmel. Der Start ins Wochenende gestaltet sich dann recht wechselhaft. Der Himmel bleibt bei Werten um die 16 Grad überwiegend zugezogen. Gelegentlich lässt sich auch mal die Sonne blicken. Bei ähnlichen Werten gibt es am Sonntag den ganzen Tag über Sonne pur.